Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag, morgen eine Minute nach um 8 Uhr und jetzt beginnt die Marathon-Action. Ja, ich bin schon super aufgeregt, weil 8 Stunden reine Lesezeit am Tag, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das schaffe, aber deswegen lege ich jetzt auch gleich los. Ich wollte euch jetzt aber noch schnell sagen, damit es dann nachher bei dem Fortschritt ein bisschen mehr Spaß macht, was heute auf jeden Fall ansteht. Und zwar als Prioritätslisten mäßig Erebus und da habe ich gestern noch ein bisschen was aufgeholt, ich habe aber nicht ganz den letzten Leseabschnitt gelesen, also ich hing ja hinterher. Und ich bin jetzt auf Seite 250 und möchte heute lesen sozusagen, das bisschen nachholen und den Leseabschnitt von heute bis Seite 323, sind also 73 Seiten. Die stehen heute auf jeden Fall an und dann war ich ganz erschrocken, ich bin gerade nicht so aktiv in meiner 12-Leserunde. Wie doll ich tatsächlich hinterher hänge. Ich habe nämlich gestern, ich glaube 70 Seiten gelesen, ein bisschen über 70 Seiten und hatte dann hier so einen Leseabschnitt erreicht, Kapitel 37, Seite 476 und dachte mir, ja, du bist jetzt on track oder so. Naja, Fakt ist, ich hänge immer noch einen Abschnitt hinterher, das heißt, ich muss immer noch einen nachholen und den von heute lesen. Das heißt, ich habe mir hier ein schlaues Zettelchen gemacht, ich muss bis Seite 573 lesen, das wären also 97 Seiten, die heute anstehen. Das muss ich lesen, also zwei Abschnitte. Ansonsten, die Hälfte haben wir geschafft, ne, sieht gar nicht so verkehrt aus. So, es sind also 170 Seiten, die anstehen und dann möchte ich mein erstes Rezensionsexemplar lesen für diesen Marathon, nämlich A Silent Voice. Ja, das geht, denke ich mal, recht schnell, aber erstmal werde ich mit den anderen zwei Büchern anfangen und dann werde ich das, denke ich mal, noch hinterher schieben. Und das ist sozusagen das, worum es jetzt, ich sage mal, die ersten vier Stunden gehen soll, wobei ich mir nicht sicher bin, das sind ja vier Stunden reine Lesezeit. In vier Stunden reiner Lesezeit müsste ich die 170 Seiten plus das Manga theoretisch schaffen. Außer ich lese langsam, weil ich mich ständig ablenken lasse, obwohl ich das ja nicht mit tracke, zeitmäßig, aber ihr wisst ja, ne, wenn man konzentriert ist, arbeitet man besser. Ja, ich habe auch einen Tracker, falls es irgendjemand von euch interessiert, ich meine, ihr seht es ja sowieso erst im ersten Update, aber ich stoppe nicht mit meiner Stoppuhr, weil da komme ich aus Versehen immer mal auf den falschen Knopf. Ich habe hier Timelogger, heißt das, und da kann man sich sozusagen, sieht man das überhaupt? Ich sehe es nicht besonders gut, ihr aber wahrscheinlich besser, kann man sich Kategorien raussuchen und das hier ist, glaube ich, Lesen, wenn ich jetzt einfach drauf drücke, da fängt er an. So, und das, finde ich, ist ein bisschen zuverlässiger als meine Stoppuhr. Ich kann es nur empfehlen, vor allem für jemanden, der, sagen wir mal, diese täglichen 15 Minuten putzen oder irgendetwas tracken möchte, das mit diesem Ding zu versuchen, macht mir sehr viel Spaß. Man kann natürlich auch, das kann man ja noch machen, Haushalt, Sport, Internet, ne, wenn man mal wissen möchte, wie lange prokrastiniert man eigentlich. Ja, aber zum Lesen ist es ganz nett. Und da will ich jetzt auch gleich stoppen und wir sehen uns, denke ich mal, heute Nachmittag. Tschüss! Hallo, ihr Lieben, es ist mittlerweile 14.43 Uhr und ich habe die Hälfte meines Lesemarathons für heute geschafft. Ich habe nämlich vier Stunden und sieben Minuten gelesen. Ich hätte schon eher Schluss gemacht, aber ich wollte das letzte Buch noch zu Ende lesen. Deswegen, dass ich jetzt auch ein bisschen verschlupft bin, weil das hat mich ganz schön mitgenommen. Aber erst mal der Reihe nach. Ich habe das gelesen, was ich mir vorgenommen hatte, nämlich Haare, die Zwölf und Erebos. In Erebos habe ich die 70 Seiten gelesen, die ich lesen sollte und die Zwölf habe ich die zwei Leseabschnitte gelesen, sprich die 100 Seiten. Bin ich also durch für heute. Habe ich beides abwechselnd gelesen und es ist immer ein Kapitel. Mich stört es überhaupt nicht, geht sicherlich jeder anders um. Ich denke, beide Bücher kann man auch für sich suchten, aber ich glaube beim Übergang bzw. bei die Zwölf würde ich es nicht schaffen, 100 Seiten am Stück zu lesen, weil das ist einfach, es wechselt so oft die Perspektive und man wird hier mit Informationen zugebombt. Da schadet es nicht, wenn man ab und zu mal sich eine Auszeit nimmt. Auch wenn es sehr schön ist, wir sind jetzt so glaube ich im letzten Drittel des Buches angelangt. Ich bin jetzt also auf Seite 573 von 826 und ja, dass viele Erzählstränge jetzt sich langsam begegnen sozusagen, man möchte es dazu nicht verraten, ist sowieso schwierig, weil es in zwei Dateien und überhaupt über die Passage-Triologie zu reden, ist grundsätzlich schwierig, weil es eben halt immer so viele Erzählstränge und auch Orte und auch Zeiten gibt, in dem die Trilogie spielt, dass es generell schwierig ist, darüber zu reden, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und auch bei Erebus, oh mein Gott, ich würde am liebsten weiterlesen und ich muss jetzt auch gleich, wenn ich schneide, ich mache jetzt eh erstmal eine Pause, die Tanja fragen, wie weit sie gekommen ist und vielleicht darf ich ja auch noch einen Leseabschnitt dranhängen. Ja und hier geht es immer noch um das Spiel Erebus bzw. der Nick, der das spielt mit seinen Klassenkameraden, die sind immer noch voll gefangen in diesem Spiel, allerdings könnte ich Nick langsam mal klatschen, weil ich denke, na gut, an der Stelle, wo er jetzt ist, setzt hoffentlich langsam den Denkprozess ein, aber es wird halt immer gefährlicher und es gibt halt auch Feinde von Erebus bzw. einfach Schüler und Lehrer, die merken, irgendwas passiert hier und irgendwie geht das alles nicht mit rechten Dingen zu und warnen auch vor Gefahren und es wird eben für diese Feinde langsam gefährlich, wo ich mir denke, Mensch Nick, jetzt fang doch bitte an zu denken und dich gegen diese Sucht zu wehren, ja. Ja, deswegen, ich hoffe, das kommt jetzt langsam, denn auch hier sind wir im letzten Drittel des Buches, wenn nicht sogar, naja, also Seite 323 von 480, ja, letzte Drittel, das haut schon fast hin. So und dann hatte ich, weil ich ja immer parallel zum Übergang was lesen wollte, habe ich angefangen mit Black Memory von Jeanette Clark, dann habe ich die ersten 48 Seiten gelesen, die ersten zwei Kapitel dachte ich mir schon, äh, hast du eigentlich keinen Bock drauf, weil hier geht es um eine junge Frau, ich glaube Claire, oder heißt die auch Jeanette? Ne, ich glaube Claire. Und, ähm, ja, jetzt suche ich natürlich, was Claire heißt sie. Und die, äh, wacht auf an der indonesischen Küste, in einem Boot, hat ihre Erinnerung verloren und wird erstmal inhaftiert, weil sie so ein Kind entführt haben. Und, ähm, jetzt nach den ersten paar Kapiteln, also die ersten, die ersten, die ersten sind schon weg, es hat insgesamt 72 Kapitel das Buch, also sind recht kurz, deswegen habe ich immer zwei Kapitel gelesen, parallel zum Übergang, zu die 12, und, ähm, sie ist jetzt sozusagen auch schon befreit worden von deutscher Seite aus. Deutscher? Englischer? Ich glaube, aus England kommt sie. Ähm, ja, und erfährt jetzt langsam, also sie soll ein Kind entführt haben, kann sich an nichts erinnern, sie weiß wieder, wer sie ist, woher sie kommt, was passiert ist, und sie wird jetzt schon davon in Kenntnis gesetzt, ähm, wer das Kind war, und, ja, befindet sich jetzt gerade bei ihrem Ehemann, und auch an den kann sie sich nicht erinnern, sie kann sich an das Haus nicht erinnern, an gar nichts. Und, ja, ich habe da jetzt schon erste Verdachtsmomente und, äh, bin dann mal gespannt. Ich glaube, ein Indiz ist, dass man von ihrem Ring nichts sehen kann, und auch kein Abdruck und so. Hm, spannend. Und, dass sie sich auch in ihrem Zuhause gar nicht zu Hause fühlt. Wobei ich mir halt nicht sicher bin, wenn man sich an sein Zuhause nicht erinnern kann. Passiert da unterbewusst vielleicht nicht irgendwas? Naja, äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, und dieses Buch möchte ich heute eigentlich auch beenden. Wobei ich ja 170 Seiten und knapp 50, sind 220 Seiten, die ich jetzt in vier Stunden gelesen habe, plus dieses Manga, sage ich gleich was dazu. Und, ja, das hat 380 Seiten, es warten also auch noch 330 auf mich. Hm, könnte heute knapp werden, aber ich habe ja noch knapp vier Stunden Lesezeit, nicht wahr? So, und zum Schluss habe ich dann noch gelesen Silent Voice, und das hat mich... Oh, ich war zum Schluss fertig. Also, ähm, fand ich echt gut. Und hier geht es um den jungen Shoja, und das ist eine ziemliche Knalltüte, in Klammern ein Idiot, und ihm ist ständig langweilig, weswegen er mit seinen zwei besten Freunden ständig Mutproben macht. Und dann kommt das, äh, ein junges Mädchen in die Schule, die, äh, Schoko, glaube ich. Ja, oder ich habe sie zumindest Schoko genannt. Und, ähm, die ist taub und, ähm, hat halt immer ein Heft, wo die anderen Schüler sozusagen reinschreiben können, um mit ihr zu kommunizieren und, äh, oder ihr Aufgaben mitzuteilen. Und, ähm, die ist an ihrer Schule vorher gemobbt worden. Und das schlägt aber recht schnell um, weil irgendwie, man muss ihr halt immer alles erklären, und dann gibt es noch einen Chorwettbewerb, das ist irgendwie die sechste Klasse. In der sechsten Klasse spielt das. Ähm, und ein Chorwettbewerb, und sie kann halt gar nicht singen, weil, also, na, sie hörte die Melodie nicht. Sie möchte aber gern mitmachen an diesem Chor. Und die Mitschüler haben relativ, äh, wenig Verständnis dafür, und wegen ihr haben sie ja auch noch den Wettbewerb verloren. Und wegen ihr, und dann werden auch die Lehrer langsam ein bisschen, äh, frustriert, weil wegen ihr müssen sie alles mehrmals erklären, und der Lehrer muss sich immer umdrehen, damit sie sozusagen, äh, von den Lippen lesen kann und so. Und sozusagen wegen ihr, ne, passieren ständig Dinge. Man braucht mehr Geduld, und, äh, manche Mädchen haben auch weniger Aufmerksamkeit, und so weiter, und so fort. Und deswegen wird das ganze, ganze Klassen- beziehungsweise Schulklima da ein bisschen feindlich ihr gegenüber. Es besteht, und dann kommt, glaube ich, die Musiklehrerin und sagt, naja, dann, ähm, oder die Klassenlehrerin, weil sie sagt von der Klassenlehrerstunde, oder war es die Musikstunde, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sagt die so, na, lasst uns doch immer drei Minuten in jeder Stunde ein bisschen Gebärdensprache lernen. Und das habe ich dann, und dachte ich mir, Mensch, genau, ne. Und dann sagt aber tatsächlich der andere Lehrer, äh, ob sie das denn kann. Und dann hat sie gesagt, nee, das können wir doch von Schoko lernen. Und dann hat er gesagt, naja, aber wir können doch von Schülern nichts verlangen, was wir Lehrer selbst nicht können. Und das heißt, der Lehrer ist auch noch dafür verantwortlich, dass diese Idee kippt, weil die Schüler haben dann auch keinen Bock. Und, ja, das war alles so total traurig. Und dieser, dieser Shoja, der, ähm, der mobbt die auch noch. Also, acht Hörgeräte versenkt er tatsächlich im Wasser. Es ist so ein Idiot. Ich hätte ihn die ganze Zeit nur schütteln und schlagen können, wie man einfach nur so ein Vollidiot sein kann. Und, ähm, ja, macht sich immer so, 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 so Tüten so, also das Papier, was man so wickeln kann. Und dann, toll! Ne, so nach dem Motto, wie taube ist sie wirklich, ne. Und, ähm, ja, und sie schreibt in dieses Heftchen immer nur Entschuldigung. Es tut mir leid, oh, ich fang gleich wieder an mit heulen, ey. Das war so traurig. Und, ähm, ja, und dann passiert halt was. Und, ähm, dieser Shoja soll sich entschuldigen. Und der sagt dann im Prinzip, naja, aber der, der, die, der und der, die haben ja auch mitgemacht. Und was richtig ist, scheiß ist allerdings, dass er halt sich selbst nicht entschuldigt, ne. Also, dass er da, dass er es einfach nicht begreift. Und, äh, dann kippt das aber wieder, weil, äh, seine Klassenkameraden fangen dann an, ihn zu mobben. Und er kriegt das dann alles ab. Und auf seinem Pult steht dann immer, stirb endlich. Und er wird dauernd verprügelt. Und das fand ich dann auch wieder ganz gemein. Weil, a, er sieht's halt die ganze Zeit nicht ein, was für ein bekloppter Idiot er ist. Aber, dass die Klassenkameraden dann sich ein nächstes Mobbing-Opfer suchen, das war alles so ungerecht. Ich war fix und alle am Ende. So. Bevor ich jetzt gleich wieder anfange zu heulen, weil das ist einfach diese Ungerechtigkeit, die macht mich fertig, die bringt mich total um. Äh, auf, also, ne. Habe ich auf jeden Fall mein erstes Buch beendet. Das ist auch ein Rezensionsexemplar. Und, ähm, ja. Ich betrachte das jetzt sozusagen schon als, als Rezension. Wobei ich es natürlich auch in meinem Country Reading und im Monatsrückblick dann erwähnen werde. Und so, echt so. Ja, und das ist der erste Teil. Und ich möchte dann noch unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht. Weil, äh, ach, ich verrate nicht, was am Ende passiert. Aber ich denke mal, da, da kann schon noch was, äh, was Interessantes draus werden. Und, ja, fand ich echt gut. Kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich, denke ich mal, Wahnsinn. Also, ich muss das, glaube ich, erst mal verarbeiten, was alles auf diesen, äh, auf diesen Seiten so passiert ist. Und was das mit mir gemacht hat. Ja, Teil 1 vom Lesemarathon. Ich schneide es jetzt für euch. Haut es raus. Und dann gucke ich, ob ich heute nochmal 4 Stunden Lesezeit schaffe. Und, äh, die ich höchstwahrscheinlich nur mit Janet Clark verbringe. Denn, ähm, ich finde es gerade, also, es ist jetzt schon spannend. Also, die ersten paar Kapitel hatte ich noch nicht so richtig eine Beziehung aufgebaut mit dieser, mit dieser Claire. Aber jetzt wird es halt schon langsam so mysteriös, wo man sie fragt, warum ist das so? Und warum hat sie ausgerechnet dieses Kind entführt? Und wo ist das jetzt überhaupt? Also, vielleicht hört ihr heute Abend nochmal von mir. Und wenn die 4 Stunden knapp wären, dann eben gleich morgen früh. Bis dahin. Tschüss.